Was kann man in deinem Nachbarn? Was kann man in deinem Nachbarn? Du bist so ein Schein, du bist so ein Stepp, Mann! Das ist eine Karte! Du musst einmal, nur für die Kamera! Nein! Nicht mal für die Kamera! Komm, los! In der Nacktkarte? In der Nacktkarte kannst du mit EC-Barbe sein! Mann! Mann, los, komm! Komm, los! Wie kannst du den Nachbarn bezahlen? In der Nacktkarte kannst du mit EC-Barbe sein! Scheiße! So wie eben gerade! Nein, so wie eben gerade! Sie können unsere Nacktkarte auch mit EC-Barbe sein! 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 Sonst scheiße! Es ist so ein Scheißer!